ja das heimlich sein um die die machen die platzieren kommen ich natürlich immer dass sie jetzt aber du musst du an einer Seite so mit großen Sprünglern überhüpfen mannach so links oder rechts bei links und bin ich habe ich gemacht so wie wir bei mir die gefordert viele wir gehen es kommt die rein dass er da war ich auch eben okay dann bin ich noch richtig ich wenn laufen wird auch irgendwann sicherer und ich glaube die Alte ist mit der Blinkenden Lampe ja dabei vorne okay da bin ich jetzt gerade den Blödsinn und Schienen Maschinen Schienen aus der Folie Schienen von Abwege hinzu aber ich bin auch über die Schiene gegangen hier war die jetzt nicht lichter über die aber da wer das lichter sich der Städtel hierhert haben so wie sie rein ich weiß nicht was ist es ihr wissen es in Tau und Loni ist aus dem Kammes weitergegangen auf Paul warten und wenn sie ankommen die Frau schweißen Junge bitte wenn ich der Weichert die Regen Leo oder die Beste Waffe im Spiel wo du es ich würde irgendwie irgendwo hin um ein Kurs ich muss nur zu uns bis zu weitergegangen oder Scheißmann und Körbauer ist wo es Leo meine ich ja ich so warte ich hab sie müssen da Paul 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 kommt ihr Namen kaum schnell 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 bitte leider nicht haben die Westin auch Gott danke okay das Leo also die Lieder war die ganze Leben hier nie ich bin mir zurückgelaufen ich habe ich ja Paul ich hole ich gleich vielleicht die Anfangswaffe scheiß ich von der Neuwaffe ich bin ich bin ich bin der Fall ist ein bisschen wie Alter sind 9 wir waren ziemlich gut aber eine Art GmbH brauchen wir wissen was wir was wir echt brauchen ist um die Leiter oder das denken die so alt dass es auch dort sehen den Stenken da kann ich auf dem Bus stehen da kann ich besser verteidigen nur verkehrt wurde von laufend hier bei dem Bus drin sind wir echt total am Arsch das was er hier ist liegt jetzt aber nicht an uns ob wir die finden oder nicht der eben deswegen brauchen wir seit Glück ja gut aber die Leiter zu finden ist wahrscheinlich relativ hoch weil es gibt ja drei Sachen für den Bus die Außenleiter die Innenleiter und das Ding nur vorne dran und zwei von den Sachen können wir gebrauchen es gibt drei Sachen und vier Spawnplätze und wir können also es gibt zwei Sachen und vier Spawnplätze und wir haben sozusagen zwei Spawnplätze können wir schon mal abklappern also haben wir naja 50-50 Schuss ungefähr ich wüsste nicht berechnen aber ungefähr so obwohl wir haben vermutlich mehr die wahrscheinlich keine 30 hoch die wahrscheinlich ziemlich hoch ist dass wir eins von den beiden finden hoffen wir es mal ja ok aber wir müssen uns halt dann irgendwo durchkämpfen wenn wir sie bis zum Schluss nicht finden frag mal Sam mach das Sam hilfst du uns wieso hören wir ihn eigentlich nicht mehr keine Ahnung, sein Mikro ist irgendwie abgekackt ok braves Mikro ja meins das ist mein altes, billiges Mikro das war nicht mein Mikro, das war so ein 2-Dollar-Ding aus dem Elektro-Laden ah, das war kein Mikro Fick dich faul ha 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 der Kind war einfach stirbt alter Fick dich ha ha irgendwie hab ich da geblockt und ah, fickt euch doch alle mal ha 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 ich glaub dieses quickly Entschuldigung, das war grad einfach nur geil ich glaub das quickly-wise lohnt sich für uns nicht wenn wir das kaufen ja entweder wir sterben alle oder nicht ja, also wenn einer meistens dann stirbt, dann stellen wir ja, alle dann müssen wir versuchen mal hier aber wir müssen noch besser werden und das sich das für uns lohnt lauter fütig die schon wieder ist die Erscherung, die Erscherung, die Erscherung, die Erscherung meiner Barriere, meinen Zombies, meine Kirche aber die Zombies hier sind, das sind meine Gott, die lasse dir, wo bist du überhaupt? ja, okay, ja, klar ja, nicht mehr ich wollte bitte nicht zu viel aufs falsche Feste hingehen und dann irgendwie sterbe so, äh, habt ihr schon zusammengebaut? äh, noch nicht ganz, wir bauen uns halt da hinten, dieses Kinderflugzeug Kinderflugzeug das ist so, schon Kinderflugflügel ja, ich hätte fest, dann zu oben ja, oben komm schon, Zombie komm schon, Zombie nee das ist ja auch so, man sieht unsere Lernkurve, die ungefähr bei 0 liegt wo, wo sieht man ihn? Paul, man sieht, äh, Leo, man sieht sie nicht, man hä? nee, ist ja aber geil, wenn man sie sehen wird Zombie hat mich auch gerade irgendwie so komisch gekillt die Level 1, äh, 121 war da irgendwie komisch die kommt gerade überhaupt kein Zombie rein also nicht, dass ich mich beschweren würde oder so, aber langsam fehlen sie mir weißt, was sind die Fehler, hier gerade bei der Level 1 gestorben ja okay, nehmen wir schon einmal eine Turbine ich hab mich da verpüßen müssen epic jump da hinten kommt einer oh komm schon ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin und wenn so nicht und gut Kip Fahre mit mir viel äh, etwas zu geben ich lege mich noch ein paar Sekretarien ich hab es ja nichts mehr geben ich habe ich hätte gerne Hilfe, weil ich tot bin ja, bin schon da Double Counts Lies mal vor, was Summi geschrieben hat. Ja. Ich würde den Bus nehmen und ihr könnt ja rausspringen, wenn es zu brennt. Ich würde keinen Click-Arise, solange ihr keinen Juggern anklatscht. Ihr schmeißt den Gold in den Fenster. Drittens, nur Stadtwechseln, wenn es nötig ist. Ihr könnt ja den so im Bus zum Beispiel beim Dynamo am Anfang einfach einmal rumgelassen und die Kiste spermen. Okay. Ich würde sagen, wir bleiben aber erstmal beim Bus-Depot, weil da ist es extrem einfach. Also hier. Obwohl, nee, eigentlich bringt... Nee, wir bleiben beim Dynamo, meine ich. Weil, ähm... Beim Diner, meine ich, ja. Weil da können wir halt die Kiste zuspermen, wie Summi so schön ausgedrückt hat. Die, 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 die Magic-Boxer. Ja, ja. Ja, stimmt schon. Oh mein Gott, der hat sein Fenster aufmerksam gelassen. Oh fuck. Okay, okay. Geh also schon mal die Tür. Warte, ich hinter dir, hinter dir, hinter dir. Weißt du, ich weiß schon. Gott. Ich öffne mal die Tür schon mal. Was? Warte, Gott. Fuck ja, ich hab gerade, ich muss jetzt leider rausgehen. Ach so. Okay, hier hin. Draußen sieht's noch okay aus. Okay, Leo, sag mich mal, wenn ich ihn hier belebe. Ich würde jetzt ruhig sein, mich auf den Kissen, weil da kommen jetzt ganz viele von denen. Ja, wir sind doch schon Runde 3 und so. Zombies. So, ich kaufe mir mal hier jetzt wieder. Nee, lass dir, lass das, Leo. Doch, doch. Ich hab mir nebenbei im Bus gekauft. Ich fäll' ich den Stein wieder. Wieso nimmst du den immer mit? Wieso? Weil der nicht langweilig ist. Ich hab den Stein wieder. Komm, ich komm, Paul, jetzt geh hier mit. Wieso, wie setzt du die Türbine dahin? Ich setze dich hin, ich hab nur in der Hand. Ja, wieso hast du die? Ich wollte wissen, ob ich zu meinen, ich hatte Angst, dass ich zu meinen Türbine auf den Stein weggeworfen hab. Du musst einfach nur den Mausrad scrollen, du siehst es unten. Oh man, we had it. Oh, 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 hier will schon wieder mit rein, hier will schon wieder. Äh, war eigentlich irgendwas, ähm, drinnen? Ist irgendwas rumgelegen? Umgelegen, was hast du hier rumgelegen? Ja, ich find ein Update, so ein, so ein Part halt. Ja, ja. Was war's? Ich hab das halt davon da oben. Ich hab das halt für oben. Oben, ja. Also, wenn ihr wollt, ihr mich deckt, dann kann ich mich beschützen. Kann ich sie anbauen. Ich weiß nicht, aber bringt das. Ja, okay. Dann kann mal einer hoch. Kann ich anbauen. Okay. Wow, wow, alter, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wenn wir das dann auch... Ich bin dann irgendwie sozusagen im Bus zurückgefahren. Den Kack hier nicht anbauen. Ich springe hoch und versuche es anzubauen, das geht nicht. Ja, dann geh mal du aufs Dach hoch. Nein, nein, noch nicht. Erst nach diesem Schild da. So fall ich immer runter, weißt du. So, ja, keine Ahnung, ich fahr da noch nicht um. Das eine Schild, das sich sozusagen runter schiebt. Also, wie so eine Brücke. Nein, ich hab mich runtergeschoben. Fuck, scheiße. Sag's gut oder so. Ja, ich weiß, ich dachte, das Schild sei schon vorbei gewesen. Okay, da hinten. Nice, Insecle. Und schön für dich, Paul, kann ein paar Leute kennen. Ja, hatte ich jetzt auch vor. Also, es hat sich immer, dass wir so sagen, einmal ist die beim Deiner bleiben, bis der Brot einmal so weiter. Was? Wie ich will, ich bewirkt, das Connected. Du wirst das Connected. Ja. Ja, okay, ich bleib mal dran. Bei mir hat's geleckt, er weicht tot. Ich join mal Paul wieder. Leo, jetzt musst du halt irgendwie bis zum nächsten Mal. Ja, ich kaufe mir hier mal gleich. Vermutlich habe ich halt irgendwie gar kein Geld mehr oder so. Nein, wieso habe ich die Sniper, man. Epic fail. Fuck, ja, wieder 500. Scheiße. Ja, Leo, solange du es überlebst. Ja, das wäre es ja noch freundlich, mit dir zu überleben. Das wird aber nicht leicht. Weil, geh da nicht rein, Leo, da stirbst du nur langsam. Weil, wenn die Samisa reinkommt, dann... Ich geh mal dahinter. Schau mal, was da drin ist. Das rote Licht. Das ist ein Halperdomatisch, auch nice. Ja. Da hab ich ja noch ein paar, denn das ist lange drin, ja, meistens. Komm schon. Ja, das ist halt ganz praktisch, weil später... Okay, das da. Ah, nice. Achso, wir nimm die Turbine wieder mit, weil wir haben sonst keine Turbine mehr. Oh, der Bus fährt weiter. Ja, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Ich würde sagen, wir... Also, Sam's Idee war, wir bleiben hier, bis so seine Bus einmal drumherum ist. Bis wir alle geile Waffen haben von Diner. Also, von der Kistel-Magic. Also, ich brauche das jetzt noch nicht dran. Wenn du die Zombie-Scheider killen willst, dann ist die nächste Welle dann, äh... Oh, ja, Mann. Ja, ich glaube. Doppel-Headshot. Hast du gerade Doppel-Kill gemacht? Ja, mit einem Schuss, Mann, nice. Genau, ich brauche ein bisschen Kohle, deswegen... Ah, ich hab... Oh, nee, doch nicht. Ich hab die RPG. Nice. RPG hat 20 Schutz? Ja, ich weiß schon, das ist ja unrealistisch, gell. So. Wow. Und ich hab die halbeautomatische Shotgun, nice. Alter, ich werde, ich bin jetzt, wo ich hier wieder das Connected von Steam. So krack. Alter. Joint-Session Probe wieder. Ja, Affen und Monkey-Baum wären auch geil. Also, wenn ihr Monkey-Baum seid, nehmt sie auch, weil Leo wusste nicht, wofür die da sind. Du weißt nicht, wofür die Monkey-Baum sah sind? Ja, also, du wirst die in das Alter, wie es geht es denn dahin. Dafür ist da. Aber wie benutzt man das für die Granate, oder wie? Ja. Ah, Nosecope. Nosecope sich hier alle. Es dauert zu lang, bis ich da irgendwie ziele, oder so. Wow. Fuck. Leo, renn weg, renn weg. Genau. Du kannst da unten. Ich weiß nicht, ich hab ganz viel, ich hab Massenvernichtungswaffen. Ja, dann wirft da eine Granate, Leo. So nicht jetzt, ah, jetzt ist das schon zu spät. Nee, nee, passt schon. Da, kaboom. Ja. Nice. Okay. Hey, du magst, der auch mal wieder da ist. Hi. Gut, weiter geht's. Ich brauch Geld, ich hab die R 1911 und gar nichts sonst. Ja, ich weiß nicht, wie man dir Geld geben kann. Gar nicht. Ihr könnt mir einfach, ähm... Der Kinn ist es leicht zu machen gewesen, weil ich hab so angeschossen gehabt. Die war die Sache, ich kriege, man kriegt jetzt zehn Dinger Po. Hier, da ist ein, achso, okay, dann. Nein. Ihr müsst ihr einfach, ich würde sagen, alle, ihr müsst ihr einfach immer bevor jemand kippt, ein paar drauf schießen lassen. Oder vielleicht wieder mal hier wie du mir rein. Ja, ich hab Doppelpunkt, die ich nämlich jetzt mal verdichtet, ein bisschen. Ah, Spaß. Was ich dir gebe? Ich hab noch zwei Schuss. Ich hab noch drei Schuss. Man hat gewählt, da. Die Brücke ist der Köln. Ja, Mann, oder, oder, kaboom. Oder Max Ammo. Und mal was magisches. Und ich hab kein... So. Genau, ich hab aber genug Geld, um mir so ein Ding zu kaufen. Und ich halt die Zappbücher mal ein bisschen Schach. Nein, ich meine, was? Alter, ihr beide schon wieder. Fuck. Ja, ich hab auch keine Waffe, deswegen hab ich nicht so viel Chance, leider. Ich hab ja bloß noch die Basuke und musste nachladen. Okay, das ist übrigens nicht die... Also man drückt vier für die Monkey Bombs, nicht ähm... Also wie so eine Tackle-Grenade. Ja, genau. Und wenn du mich wiederbelebst, hier ist bei mir irgendwie gar keiner. Ja, aber bei mir, alter, Mann. Wenn du an mir vorbeiläufst, dann kann ich ein paar Messern. Yay, Paul. Das bringt auch nicht gerade so. Ja, jetzt die Sache ist, ich bin hier zum Backgefallen und ich kann mich nicht bewegen. Einfach best, das springt dich an. Lauf zu Max, lauf zu Max. Lauf weiter, du musst mich zu Hause lassen. Ich bin tot. Fuck, ja. Oh, das war es auch. Oh, Gott. Ich bin aber daran, dass ich jetzt einfach auch gar keine Chance hatte. Da kommst du 3 zu 1. Das waren einfach krass viele jetzt am Schluss. Ich hatte halt keine Chance, mich zu wehren, weil ich halt... Weil ich in der M1911 eine Runde 6 oder so hatte. Was auch eine Runde 1 bringt, die M1911 schon nichts. So, ich unterbreche ganz kurz die Aufnahme, nur um zu gucken, ob er das hier noch aufnimmt. Also bis gleich. So, hat alles geklappt. So, jetzt geht's weiter hier. Aber ich würde sagen, ihr beide, also... Ihr müsst... Also es wäre jetzt wieder nur... Ich will das wieder nur... Ich habe auch nicht viel mehr Erfahrung als ihr. Aber ihr schießt irgendwie mal. Ihr müsst einfach ein bisschen mehr rumlaufen. Einfach in irgendeine Grate ein. Ach, wir müssen uns echt Claymores kaufen. Wo ist die? Was ist Claymores?